Ich klettere in meine Kiste und starte. Verhängter Himmel, die Wolken streichen tief, kaum 400 Meter hoch. Ich stoße in den grauen Dunst hinein, schraube mich höher und höher. In 2000 Meter wirbt sich ein tiefer, stahlblauer Himmel über mir, von dem seltsam blass die Dezember-Sonne herunterstrahlt. Ich sehe mich um, ganz hinten im Westen, über der Wolkendecke, ein Punkt, wie ein fahrendes Schiff am Horizont des Meeres, der Can Tron. Ich halte geraden Kurs auf ihn zu, er fliegt mir entgegen, wir nähern uns rasch. Schon kann ich die breit gespannten Flügel erkennen, die beiden Motoren und die Gondel, die schmal wie der Leib eines Raubvogels zwischen den Schwingen hängt. Wir liegen in gleicher Höhe, wir fliegen aufeinander zu. Das ist gegen alle Spielregeln. Der Can Tron ist ein Beobachtungsflugzeug, ich aber ein Jagdflieger. Ein Druck auf den Knopf am Knüppel und mein selbst eingebautes Maschinengewehr würde eine Schussserie herausjagen, die ihn in der Luft zerreißt. Warum lese ich euch vor aus dem Buch Ernst Udet, mein Fliegerleben? Das Buch, das Hans signiert. Ganz einfach, ich möchte mir wieder ein Flugzeugmodell bauen und dann habe ich mich entschieden für die Fokker E3. Das Modell hat mir der Andreas vor Weihnachten mal geschenkt und gerade zum Beginn, wenn man mal wieder anfängt, ist vielleicht so ein kleines Modell der richtige Einstieg. Ich werde jetzt so nach und nach das Flugzeug zusammenbauen und werde das so in Zeitrauffer ablaufen lassen, weil das dauert viele, viele Stunden und das würde den Film sprengen. Also viel Spaß dabei beim Zuschauen. Schauen wir mal, was da drin ist in dem Bausatz. Abziehbilder. Plan. Und hier. Das ganze Material. Das ganze Material. Das ganze Werkzeug. Das ganze Material. Das ganze Material. Das ganze Material. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so jetzt gibt es wieder mit tun jetzt machen wir das finish also ich muss sagen der bausatz war ziemlich fiese lei und relativ ungenau sind sehr viele filigrane teile mit eben vielen unsauberen guss sachen bei so kleinen sachen die entfernen das ist riesen fummelei schönes modell aber eben wie gesagt fummelei die abstützung drauf mal schauen ob ich das noch mit fäden machen es lackiert ist muss ich gucken für die spanndrähte so es ist fertig der kleine eindecker vom ernst und viel fiesel kram ist hier unten die fahrwerksverstrebungen das ist alles sehr filigran und auch die rumpfteile passen nicht so super gut muss man so ein bisschen nacharbeiten bevor wir es lackieren danke fürs zuschauen das war ein bisschen zum warm werden mal schauen vielleicht mache ich noch das eine oder andere modell heuer jetzt geht es wieder mit dem draht ein bisschen freigepuppelt das ist Jetzt stellen wir sie auf das Fahrwerk, dann machen wir sie oben. Ich benutze hier ganz eine uralte, ganz billige Revell Sprühpistole, die ist ideal für sowas. Das war's, ich mach es nicht ganz so fett, dann sieht man dieses Braune ein bisschen durch, das wird dann ein bisschen ein transparenter Look. Und so dauert das ewig bis man so ein kleines Modell fertig hat, jetzt muss ich wieder warten bis es trocknet und die kleinen Sachen die mache ich mit dem Pinsel, also bis später. Soll das denn? soll ich tar able Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann euch überlegen, wie man vorgeht, wie man klebt und wie man spannt. Der Kleber braucht ja auch eine bestimmte Zeit zum Anziehen. Ich habe jetzt 2K-Kleber genommen, weil der wirklich festhält. Jetzt habe ich noch ein paar Spannträte zu machen, aber es sieht wirklich gut aus. Kaum sind zwei Tage vergangen, ist das Modell auch schon fertig. Ich will euch das Endergebnis jetzt mal schnell zeigen. Es war dann doch mehr Arbeit als gedacht, obwohl das Modell so klein ist. Es hat doch zwei Tage Arbeit gemacht. Dieses kleine, unscheinbare Flugzeugmodell. Abgestellt habe ich es jetzt in so einem kleinen Diorama, so einer Splitterbox. Schaut ganz gut aus. Schaut her, so ist es geworden. So sieht das Modell jetzt aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beim Basteln zuzuschauen. Mal schauen, ob ich demnächst einmal etwas Größeres mache. Bleibt mir gewogen. Ciao, servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.